Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Viele unserer langjährigen Zuschauer, die schon vor fünf oder sechs Jahren auf dem YouTube-Kanal dabei waren, haben sich gewünscht, dass wir wieder spannende Investment-Tipps vorstellen. Und das, was sich hier drin befindet, kann ich jetzt schon sagen, hat garantiert noch niemand auf der Welt live gesehen. Und ich bin auch stolz, dass ich die erste Nummer aus der gesamten Serie meiner Hand halten darf. Diese Münze, die sich hier drin befindet, gibt es 100 Mal weltweit. Ich kann Ihnen versprechen, dass diese Münze spätestens nach Veröffentlichung des Videos in ein bis zwei Tagen ausverkauft sein wird. Und das Besondere ist, diese Münze hat Renditechancen, wie es kaum eine andere Anlage- und Sammlermünze am gesamten Markt hat. Ich werde Ihnen auch gleichzeitig zeigen, was sich hier drin befindet, aber vorweg muss ich vielleicht noch kurz erklären, worum es sich handelt. Sie haben bestimmt in den letzten Jahren immer wieder beobachtet, dass wir neben den klassischen Investment-Münzen wie dem Krügerand, dem Maple Leaf, dem American Eagle oder dem Kangaroo Nugget, auch die ein oder andere seltenere, limitiertere Münze anbieten, die aber dann doch nicht so weit vom Goldpreis weg ist, dass sie auch für Anleger uninteressant ist. Und hier ist eine Münze, die ist sowohl für Sammler als auch für Anleger geeignet. Wir schauen uns mal an, was sich hier drin befindet und dazu möchte ich Ihnen ein bisschen was erklären. Diese wunderbare Münze kommt in einer sehr handlichen Box. Sie sehen schon ein Klavierlack-Etui, das sich hier drin befindet. Und da steht was drauf, nämlich Ocean Five. Wer unseren Kanal in den letzten Monaten ein bisschen genauer beobachtet hat, der weiß, dass bereits eine 1kg Silbermünze aus dieser Serie erschienen ist. Und zwar ist das die erste Münze aus einer Serie, die mit fünf verschiedenen Meerestieren jetzt erstmals im Jahr 2021 erschienen ist. Und wir sind stolz darauf, dass wir als Kettner Edelmetalle diese gesamte Serie exklusiv vertreiben dürfen. Das bedeutet, Sie werden auch diese Münzen nirgendwo anders auf der Welt günstiger erhalten als bei uns im Online-Shop. Ich öffne jetzt mal die Box für Sie, damit Sie ein Gefühl bekommen, wie wunderschön dieses Etui tatsächlich wirkt. Und wir schauen uns das jetzt hier auch mal genauer an. Sie sehen, man hat eine unserer Goldmünze, die einen sehr großen Durchmesser von 39 Millimetern besitzt. In dem Etui, das sich hier sozusagen mit einer Plexiglasscheibe den Meeresgrund abbildet. Und wir haben ein Echtheitszertifikat mit dabei und wir haben hier unten nochmal eine Information mit einer Serienummer, dass es sich wirklich um 100 Stücke weltweit handelt. Und das hier ist die Nummer 1, die ich jetzt aus der Box nehme und Ihnen auch mal in der Nahaufnahme zeigen möchte, um zu erklären, was Sie hier drauf eigentlich sehen und was die Besonderheit ist. Wir sehen auf der Münze drei springende Delfine und im Hintergrund sehen wir den Sonnenuntergang. Wir sehen die Meeresoberfläche bzw. ein sehr raues See. Die Delfine, die sich hier gemeinsam sozusagen vergnügen, sind ja mit des Menschen liebstes Meerestier. Es ist auch so, dass die Delfine gerade bei vielen, die vielleicht mal in den südlichen amerikanischen Ländern im Urlaub waren, teilweise so liebsam zu den Menschen sind, dass man sie sogar streicheln kann im offenen Meer. Und die Münze stammt in dem Fall mit Niue aus Neuseeland. Die Münze wurde aber in Deutschland produziert. Das heißt, diese Münze wird bei der Leipziger Edelmetallverarbeitung gefertigt. Und warum diese Münze so interessant ist, liegt daran, weil es die erste Münze einer fünfteiligen Serie ist. Die einen unserer Goldmünzen, der African Safari Serie, also eine Serie, die etwa vergleichbar ist, waren immer in wenigen Stunden ausverkauft. Und da diese Münze jetzt ganz neu erscheint, ist es eben gerade für denjenigen, der momentan zwischen 2.000 und 3.000 Euro übrig hat, eine tolle Chance einzusteigen und auch Wertsteigerungen im Bereich 10, 20, vielleicht sogar 50 Prozent zu realisieren. Warum ich auch von solchen großen Wertsteigerungen spreche, liegt daran, weil die African Safari Serie, die ursprünglich mal mit 2.000 Euro vor einigen Jahren an den Markt kam, zwischenzeitlich über 3.500 Euro bei den ersten Ausgabestücken kostet. Und genau diese Chance neben einem wunderbaren, ich sage jetzt mal auch Sammlerstück, können Sie hier nutzen. Diese Münze werden wir unter dem Video verlinken, beziehungsweise wenn Sie hier bei uns in Online-Shop klinken, finden Sie die Münze direkt. Ansonsten, wenn Sie weitere spannende Produkte suchen, haben Sie hier eine tolle Playlist mit weiteren spannenden Goldmünzen. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetall und ich freue mich, dass Sie bis zum Ende dran geblieben sind.